Michi hat wahrscheinlich Objekte 120 dabei. Mita hat nein gesagt, warte ich guck mal was er hat. Er hat SO85, glaube ich. Letali! Was ist passiert? Hey, wie sagt er nur 3 Panzer dabei? Der hat 5 und 7 Panzer. Hä? Was? Vielleicht glaub's nicht. Wer weiß. Ah, scheiß jetzt doch den Leopard dabei. Ah, Dreck. Ich helfe auch bei den Japsen bekommen die so, ne bei den, bei wen könnte es sein? Später in der Update bekommen die Japsen so Leopard 1 Supreme Panzer. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich fand ja so bei den, bei den Russen so Beute Fahrzeug Leopard 1. Junge, wir spielen einfach gegen Leopard, what the fuck. Russenstar 2 deswegen. Ja guck mal, guck mal mein Battle Rating an. Alles 3 Punkte, äh alles 6.3. Hä, wir haben doch gesagt 5 Punkte Dinger. Ja, ist doch. Du hast es ja immer 6.3, Alter. Du hast es ja immer 6.3, Alter. Sagt er, alles klar. Ey, Witterli, ich will nur schnell sein. Sag doch einfach, dass du abbiegen willst. Alter Leute, nicht streiten, bitte. Sag doch einfach, dass du abbiegen willst. Der will ja nicht mal abbiegen, ja. Leute, jetzt aber. Ich kann mir den direkt beim Cap sein können, Alter. Ich kann mir den nicht anschauen, du dreckiger. Du bist mir zu hässlich. Muss ich nebeln. Waschanlage, komm jetzt, ich komm jetzt. Waschanlage. Oh, Witterli, was wird denn das? Witterli. Er hat mich. Ah, Zombie. Oh, alle Witterli, du mit deinem Ausbettor. Boah. Ach, schon mal wieder Euro 6. Eingehalten oder was? Ja, aber Super95, perfekt. Mein Panzer hat. Also Super95 ist Benzin. Nee, Super95 ist super. Und Super... 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 Erstmal ein Sticker an der Seite, ist es Stalin? Alles klar, Logi. Erstmal kurz den Pandor Kölnge. Skidijob. Skidija... 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 Ab die Karte... ja ja sagt mama eine schlagsahne warte michele mama eine schlagsahne eine schlagsahne ja mich in eine schlagsahne schlagsahne fast repariert dann so plötzlich von einer sekunde ja ja meine gar nicht so schlecht scheiße sind drei leute zwei leute in meinem panzer ich in das kurz jetzt ins drei ja ich bin so böse feuer brennt tiger weiß jetzt den turm rein oder noch ein motor eine enteigung umgeschossen weiterhin auf den arsch du arsch war es ja kann ich vielleicht auch noch können sechs sekunden fünf sekunden reparieren reparierungszeit reparierungszeit ich hab einfach oder dritt an dem turm der dritten drum ja ich zähle ihn vielleicht noch einmal an ja ok jetzt er verbrennt oder du kielst ihn mir egal er zielt aber er ist ein abprall damit er gefällt aber schön aber jetzt hat es ja kommen ihr 6 und 29 hier 6 muss ich markieren oder weißt du wo du scheiß 10 29 war so bist du nicht stehen geblieben trickiger weiß wo ich mal wo die kommen ja hier so glaube ich ungefähr jetzt war es markiert auf ja da sind die da sind die zwei beide eine an der wand hier ich habe hier der verschongeladen ok ok ich war mal weiter links mich habe ich das geladen für ihr sex aber ich habe vorhin hier tv wird es nicht 100 gekämpft von der seite wo wir jetzt herkamen wieder remote mal ein bisschen platz kommt da jetzt mal bisschen freundlich ja ja okay dann kämpfst du gegen ihr 6 ich dann den den 29 ja wir können es doch so machen ja ich meine eigentlich dass wir zusammenstehen aber ok ich geh mal nur patrouillieren bis sich um die burg rauf auf die welle schnell wieder wie er nicht was aufrecht wenn du durchfährst Achtung! Bogenschützen! Loll! Was? Vitali gönnt sich kurz! Alter! Hätte das hier auch so... die kill ich jetzt... Vitali, äh Michi, hast du gesehen von hier? Ich komm hoch! Hab's grad gesehen! B.S. 6 ist da! Oh mein Gott! Loll! Oh, ich dackelt! Hä? Was hat mich abgeschossen? B.S. 6 natürlich! Nein, nicht der, der hat schon geschossen! Ich wurde von ihm anscheinend getroffen! Ah, Ferdinand von links! Wie lange musst du noch? Nö, ich bin am Arsch! Ich sag's... Doch, du fährst jetzt zurück! Okay! Zurück, zurück, zurück! Dann gehen wir nicht! Ich sag's, killt uns aber! Mich nämlich! Hahaha! Zurück, zurück! Hä? Jetzt bin ich tot! Jetzt bin ich jetzt! Jetzt verstehe ich nicht! Hauptsache, ich habe einen guten Panzer und ich verliere! Na, schick! Wenn er mich gekillt hätte, hätte ich ihn noch gekillen können! Weil du hast ja jeder fest, gell? Das ist die Strafe, wenn ich einfach 6.3 Panzer einfach abfahre! Bitte, pass auf, da kommt was bei dir! Ah, da ist ein Königseo bei dir auch! Okay, dann Arsch! Na, zu schwer! Gut, wie sieht's jetzt aus, der Tag, Frau Schäufe? Nö, geil! Ich jetzt nicht so lange! Ich glaub' er eigentlich, dass ich Hilfe brauch' Dann gefähr' die dann, die hier 6 ist nicht so einfach! Komm' glaub' ich nicht mal durch die Seite von mir 6 durch! Doch, doch! Indem du einfach auf die Seite durchkommst! Nja! Wo ist denn, der ist ja noch da bei C? Ja, ja! Ich schieße und lade zwei, hier der fest! Gleich, die normale Land! Hab's gesehen! Ich war gerade erst fertig mit einem Nachladen, dann so nie! T4500! Da ist einfach einer Oberpapa! T4500 wollte ich flankieren, ja? Mich? Nee, bitte! Also hier, der war hier! Fanta 2 ist bei mir! Echt? Ich komm' runter! Ich spring' runter! Wo ist er? Äh, gleich neben der Mauer! Rechts neben mir! Also ich seh' seinen Arm! Ah! Was?! Hab's gesehen! Oh mein Gott! Er hat geschossen, er hat geschossen, er hat geschossen! Ich hab' eingesteckt! Ich hab' eingesteckt! Der Vita hat den Stunt gesehen! Ich kann nicht wegfahren! Ich kann nicht wegfahren! Ich kann nicht wegfahren! Wer hat Artillerie? Ich brenne! Nicht hier! Ich hab' ihn! Jetzt kannst du wieder! Wer braucht Reparatur? Komm' wieder! Oh, da ist der M26! Ich bin geschützt! Danke, wieder! Ich bin geschützt! Das darf ich nicht kennen! Okay! Ey, ich muss immer noch reparieren! What the fuck! Jetzt musst du noch andere Teile reparieren! Du merkst gerade! Oh, Junge! Jungs, wir werden gleich gerapet! Schau' mal, was da jetzt auf der Web kommt! Okay, danke! Jungs, geht's! Wie auf den Bergkügel, oder? Auf die Burg! Oh, der Artillerie! Äh, Artillerie! Warte, ich geb' euch Deckung! Geht! Ich werde schnell hoch! Ich verteidige euch hier! Bist du sicher? Okay, alles klar! Haha! Wie süß das aussieht einfach so! Wenn die hier durchkommen wollen, müssen wir jetzt mal einstecken! Die sind bei C drin! Deswegen! Okay! Okay, wir gehen nach Hause jetzt! Oh, Jungs! Wir werden von hinten gehen! Soll ich bei Vitali bleiben, Lugge? Hunter 2 ist da! Problem ist, wenn ich jetzt hochgekomme, der M26 und wird uns von hinten rapen! Hunter 2 hat auf mich geschossen, aber nichts getroffen! Hilfe, Jungs! Ich werde gerapet! Alter, wir werden umziegelt! Ich weiß nicht, ob der abholt soll! Alter, das ist diese Festung! Da kommt übel viel, Alter! Festung, die beide sind russisch im Film da! Die 44 kommt hoch! Oh, fuck! Wenn der nicht sitzt, dann bin ich tot! Kritische 3-4-Lade-Schütze, Geschützverschluss! Oh mein Gott! Panther 2 kommt auch noch hoch! T 44 ist bei mir! Danke! Riechschütze ist tot! Panther kommt hoch! Alles klar, ich lad! Den kann ich aber seitlich reinschießen! Baller, baller, baller! Alles klar! Guck mal da, Riechschütze! Kannst du T 44 killen? Ich bin tot! Ja! Klar bin! Fuck man, Vitali wasquader! Vitali ist tot, der M26! Der hat mich einfach gekillt! Luki soll ich zurückfahren, was meinst du? Ja ja, kann ich zurückfahren, ich glaube ich kann Panther noch halbwegs... Ah, das ist grad voll die Verteidigung von der Burg, eh! Obwohl die Burg keine Bedeutung hat! Doch schon, das Hogwarts! Haha, ja man! Ich wollte grad sagen, ja, Hogwarts! Jungs, wieso ziehen wir dich einfach unsere Unsichtbarkeitsmäntel an? Und laufen ganz geschillt durch den Eingriff! Jungs, ich versuch schon so schnell wie es sogar um Verstärkung kommt! Halt der zu lange durch, Männer! Ja! Es wird eh keine Verstärkung kommen! Halt der durch! Oh, der ist Ferdinand! Michi, der fährt hoch hinter uns, der Panther! Ist klar! Wir haben ein Problem, Ferdinand! Panther ist hochgefahren, Panther ist hochgefahren! Oder nicht! Haha, das war Panther 2, Alter! Alla! Eigentlich hab ich IS-2 und so alles zur Auswahl, aber ich hab gar keinen Bock auf den! Okay, ich fahr wieder zurück! Ich hab keinen Bock das jetzt gerade zu linksen, weil da ist ja irgendwas bei dir, gell? Was ist das bei dir? Der ist ein Ferd! Ferdinand! Ja! Ich kann einen Artillery auf den machen! Hey, ist der blöd? Ich glaub der ist blöd! Hey, guck mal, guck mal, ich fahr vor! Warte, 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 warte! Hey, ist der blöd! Hey, ist der total blöd! Soll ich runterfahren? Oh, shit! Hey, die Sinnungszahlen gar nicht! Ich bring grad den M26, Luke, ich guck ihn sonst! Ich schau mal, wo ich bin! Das geht voll, gell? Oh, man! Warte, warte! Der dreht hoffentlich um! Irgendwas oben auf dem Dinger, auf dem Hügel! Gott, okay, ich hab ein Problem, da kommt ein Ferdinand, gell? Irgendwas oben auf dem Hügel! Ja, auf der Burg! Okay! Bomben! Hahaha! Oh, looky! Wir down! Oh, wieso macht der genau Bomben auf mich an? So ein witziger! War bestimmt der Panther 2, der hat irgendwie gute Raids gehabt! Achtung! Null! Wie? Alter, Jungs, die wollten mich verarschen! Hey, deine Kerle durch, beeilen uns! Alter, die, die wisst, dass ich hier bin! Alter, hau ab! Verlass deinen Panzer, Alter! Scheiß auf ihn! Grad ist Vitali angekommen und wir verrecken alle einfach! Wir haben einfach auf der Burg bleiben müssen, ey! Ja, Mann! Das war so dumm, dass ich runtergefahren bin! Ich hau ab! Dann du bist halt so gejumpt, alle! Dann denkst du so, yeah! Oh, was! Ich bin davor so mit Vitali geflogen, mach! Vitali, keine Angst, wir kommen! Achso! Der hat mich einfach abgefangen, gell! Weh abgefangen! Ja, ich bin durch den Eingang gefahren, der kommt genau vor mir! Ja, mit der Schlagsahne! Ja, mit der Schlagsahne! Ja, mit der Schlagsahne! Ey, schon wieder Bomben auf mich! Nuki! Ohhhh! Wenn du stirbst, dann schirb ich auch! Absichtlich! Du lebst! Weil, wieso lebe ich? Ja, du lebst! Also nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber... Also beschweren kann man sich ja auch nicht! Nicht zu, Alter! Ich komm zu dir! Nein, nein, fahr doch zu Vitali! Ich bin doch tot! Der ist tot! Vergiss die Sau! Ich fass! Meine Schmerzen! Seine Schmerzen sind weg! Oh, fuck! Ich hab einfach unter dir geschossen! Falsche, falsche Kanone, ey! Halt, ich helfe dir! Danke! Ich muss noch mal! Fieber 20 Sekunden! Hahaha! Ich wollte gerade los machen, Alter! Ich hab gesagt, ich muss noch mal! Hab's nicht gehört! Nix! Tun wir uns ein bisschen volls morgen, ey! Ich freu die geile Kanone ab, weil ich mag die voll von dem M441 Hand! Danke! Bide! Davai! Brigide! Los! Der Sieg stellt kurz vor der Tür! Der Freund hat ein Gebiet eingenommen! Jetzt kommt der Gefahr! Weg rechts! Schon wieder auf mich, oder was? Naja! So'n kleiner... So'n kleiner Bumperlickel! Das ist die Horten da! Spass! Sie sah aber aus wie ne Horten, gell? Von weitem! Die ist ja eigentlich designt worden gegen die Bomber! Das sah oder was? Ja! Die Messerschmitt, glaub ich, heißt sie? Ja! Wieso ist das so'n Seckrechtsstarter? Ah, okay! Sieger! Königssieger! Rechts! Jawoll! Hab ihn! Nix! Hast du nix? Jawoll! Hab ihn nix! Ja! Ich kann jetzt einfach dumm auf ihn rushen! Ja! Jeder stirbt mal in der Welt! Der ist doch schon direkt vor dir! Nein! Ja! Nix! Die durfte ich! Ja, ich rinne weg! Ja! Ich hab' einen schlechten Gandhi-Person, sonst würde ich... Smoky-Spooky-Spooky-Spooky-Spooky-Mangarida! Ja! Wo ist er? Oh, ich wollte gerade auf Erdner schießen, aber er hat vergessen, dass ich... Äh... Analisieren? Äh... Analisieren? Äh... Bissle tot, bissle Wirbelwind links, Lukis, Lukis... Er kann nicht warten, er sieht der Mübel! He's Wirbel-Me, man! Kann sich das vorstellen, aber... He's Wirbel-Me! Er wirbelt mir gerade in den Arsch! Ah! 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 Wer ein Arschloch, alter! Hehehe... Der Verdei�� tanto rechts! Ich kann oben durchschießen mit dem kinda mium, Gyks! Du给卷 mich. Du bist schlecht und nur gerade im Bumbling! Alter, du bist schlecht und... Na, okay! wenn ich rückwärts war ich fliege ich liege rückwärts und dann geschießt mir auch so bin ich tot wieso sterbe ich bin ich dachte für unverwundbar tapete oder da bei der holle da rechts aller krasse sticker luki ddr und so ist ich ja richtig das ist ja zirkel von der von der kronen schule aber links wir haben das auch wenn die windung beschädigt wie kann er meine kette kaputt machen ja kette ok der killt mich um wieder so eine feste luki wickel dich an du musst dich anwinkeln ich kann mich nicht anwinkeln doch keine ohne karte aber ich muss noch nicht mal die hälfte vom turm luki jetzt bewegt dein turm jetzt schnell naah mann hat der fertig dann einen rückwärtsgang von 300 km wgandah wgandah